...einen neuen typen Weg, um Kostik's Gas-Traps zu benutzen. Einfach sie auf einem Cargobot und rollt diese schmutzig, gassig Bombe in deinen Feind. Insgesamt dieses eine Video, wie gesagt, Link jedes Mal in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich für den Support bis hierhin. Ich freue mich, wenn er am Start bleibt. Viel Spaß beim vierten Teil. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten News-Update oder im nächsten mega geilen Reaktionsvideos. Das war's von mir. Viel Spaß beim Video. Haut rein! Was? Wo kamen die ganzen Granaten noch her? Unfassbar! Das ist Arenas? Nee. Der holt sich den jetzt nicht aus der Luft mit der Wingman, oder? Oh! Du ahnst es doch nicht! Oh, krass! Das macht schon Bock, solche Videos zu schauen. Echt, das macht mega Bock, weil du nie weißt, was kommt. War das jetzt ein... War das jetzt der gesteckte Schaden von dieser einen Termit? Krass. Ich glaub, von diesem kleinen Tresor da war unser Hinterausgang zu. Findet ihr, das war zu overpowered mit diesem Lifeline-Schild? Ich fand's ja irgendwie schon geil. Oh, aufgeladene Sentinel. Wenn du die... Wenn du die schon hörst, hast du keinen Bock mehr. Der trifft aber auch alles. Alter, was? Ranger-Visier, bestes Visier für die Sentinel, meine Meinung. Bös! Das möchte ich noch mal sehen, bitte. Der hat das gerade... Wie so ein Flaschenzug da hochgezogen, krass. Das ist auch geil. Wie das Ding noch seine Geräusche macht, so wie... Alter, hol mich herunter. Boah, ich wollt grad sagen, sowas kann auch ganz dolle Auber schief gehen. Da sag ich mir manchmal Karma. Wie weit sind wir eigentlich? Das Video geht noch. 13 Minuten. Wenn ich mal bitte erfahren, wie das jetzt geklappt hat. Ich muss noch mal gucken. Kann man mal machen. Und jetzt wieder so ein Airfight. Alter, das ist so frech. Es ist so frech. Das hab ich noch nie gesehen. Oh, komm bitte! Oh, komm bitte! Und er stirbt nicht mal. Och, er hätte es so verdient. Das ist so ne fiese Nummer, ey. Was ist so dumm, ey? Aber komm, ich würds genauso machen, wenn ich's ihm kriegen würde. Oh, ich kriege den Kopf. Oh, ich hab' den Kopf, mein Kopf. Alter, ein satisfying Airstrike! Nummer 1. Oh mein Gott! Der hat einen Abgang gehabt. Komm, wer fliegt denn in den Abgrund? Gott sei Dank, da geht das nicht mehr. Sehr geil. Guckt euch das an. Die Ult von Watson hält alles ab und legt erst mal da Nessie hin. 45 ist auch ultra stark. Weapon, ASMR. Es ist schon geil zusammengeschnitten. Was? Da kriegst du ja Ohrenschmerzen. Oh, ich kann mit dem Visier überhaupt nicht. Also ohne 301 ohne Visier finde ich echt grauenhaft. Das ist bei mir schon oft schief gegangen. Und genockt den Gegnern willst du ganz simpel runterballern. Und dann kommt Karma um die Ecke und reißt dir sämtliche Öffnungen richtig auf. Oh, ist das intensiv. Meine Fresse. Oh, der Zaun hätte sich ein bisschen schneller ausbreiten müssen. Krasser Fight, krasser Fight. Und da kommt der Nächste wieder. Was ist denn hier los? Alter, der hatte nur noch 1 HP. Alter, krasser Fight. Wer versucht es nicht jedes Mal? Ich versuche es auch immer und immer wieder. Manchmal trifft man halt auch mal. Ein Headshot. Ein Headshot. Krass. Oh, mein Gott. Was für ein Finish für diese Runde. Krass. Oh, Gott. Krass. Oh, Gott. Siehst du sofort, wenn das ein PC-Spieler ist. Das ist aber auch krass. Alter, damit rechnest du nicht. Er zerlegt sie einfach komplett. Natürlich, das Ding fährt ja auch einfach durch. Oh, krass. Meine Fresse. Geil gespielt. Wirklich. Krass. Jetzt wird es pervers. Klar. Ja, die waren alle schon ziemlich runter. Ja, die waren alle 3 schon ziemlich runtergeschossen. Das war jetzt... Schön, aber nichts Besonderes. Oh, ja. Oh, ja. Fuse-Act. Oh. Einfach nur mit der Granate gehittet. Sehr cool. Guckt euch das an. 24 Schaden. Höchst. Äh, okay. Alter, wenn du da nicht rauskommst, bist du am Arsch. Stell dir mal vor, das passiert ja im Endfight. Oh, das ist aber echt mies. Nice. Oh, alter, krass. Ekelhafte Glitches. Boah, der Sound klingt schon brachial. Die 301 klang in der ersten und der zweiten Season sehr, sehr... ...was lastig, was jetzt nicht mehr der Fall ist. Oh. Das ist ja stark. Nee. Das ist nicht wirklich passiert. Irgendwie das Pad gelandet ist. Hochkant. Oh, ich wette, die meisten von euch kriegen so ein Hals, wenn sie die Spitfire im Endfight sehen. Oh, warte, warte. Sie war... Sie war weg. Sie war weg. Wer braucht Freunde, wenn du... ...drone-Frienden hast? Was für mich? ...dreffen sich zwei Drohnen. Toll. Warte mal, ist der gerade durch die Mauer geglitscht? Habe ich das jetzt richtig gesehen? Guck mal genau hin. Ja. Triple-Take-Meter. Hasse ich ja ohne Ende, ey. Oh Gott, wie ich sie hasse. Wie ich diese Waffe hasse. Oh, stark, aber echt. Ja, na klar. Nochmal richtig schön alles mit der Triple-Take. Zum Schluss. Da standen die jetzt. Okay, ah, das knallt ja überall. Das ist ja heftig. Also wenn so ein Triple-Take-Schuss richtig sitzt, ist das auch ein geiles Gefühl. Keine Frage, aber es ist trotzdem eine absolute Hasswaffe für mich. Ich versuche sie sehr oft, aber ich... Wow, scheitere aber auch sehr oft. Das war... So ein Wraith-Portal-Trap ist auch zu göttlich. Bitte nochmal. Alter, das ist auch sehr mutig von Wraith hier so knapp. Krass. Damit rechnest du ja gar nicht. Das ahnst du nicht. Echt stark. Das sah nice aus. Hallo und tschüss. Das ist so, was liebe ich. Davon muss ja viel mehr. Ist das geil. Ist sogar in den Abgrund geflogen. Ach, das sind wieder diese Videos, die ich total sinnlos finde. Warum? Warum? Es ist schon witzig anzusehen, aber einfach warum? Stark. Wirklich echt stark. Das ist auch immer zu krank, wenn das... Und die zweite Granate haut auch nochmal rein. Krass. Das ist ein ganz neuer Typ von Wraith, um Kostik's Gas-Traps zu benutzen. Einfach platz sie auf einem Cargobot und rollt diese schmuckig, gassig Bombe in deinen Enemies. Nein! Das glaubst du nicht. Ernsthaft. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da da was trifft. Ach, schade. Ich dachte, das rastet jetzt noch irgendwo ein. Das wäre schon zu geil gewesen. Das wäre schon so gut wie gar nicht. Ja, okay, das ist ein 2021 Best-of. Ich wünsche mir mehr Funny Moments, tatsächlich. Das war's, ich habe einen Bojack. Ah, nächstes Mal. Die Feierabend. Da ist wieder die Triple-Take. Ekelhaft. Ich bin da, die Feierabend sind hier. Man sagt auch, die beste Shotgun im Spiel, ja? Achtung. Hammers. Spiel sie einfach aus der Hüfte im Nahkampf. Beste Shotgun. Ist Fakt. Oh, schönes Ding. Wie sie einfach aus der Hüfte schießen. Guckt euch das doch an. Weiter 45, dann ins Aim-Game. Okay. Surprise. Das ist geil. Ich muss es nochmal sehen. Zu geil. Das ist wirklich göttlich. Oh mein Gott. Zu göttlich. Alter Falter. Alter. Alter. Ach, die Rampage. Da haben wir sie. Die Rampage. Mester ist einfach absolut göttlich. Nicht dein fucking Ernst. Du kannst nichts dagegen tun, weil du einfach nicht den Track verlassen kannst. Oh Gott, ist das schön anzusehen. Guck dir das an. Wirklich geil. Boah, im Endfight eine Phoenix durchzukriegen ist auch eine Kunst. Er geht von der anderen Seite rein. Wie genial ist das? Das ist stark gespielt. Leck mich am Arsch. Richtig, richtig stark gewesen. Sehr, 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 sehr geil. Das war's für mehr Top Apex Plays Videos. Das war Eisadeptic. Und ich werde dich nächsten Mal sehen.